Was macht denn das Leben einzigartig? Mütlich am See sitzen, mit deinen Freunden tratschen und einfach einmal, ja einfach einmal die Zeit vergessen. Das, das ist unsere Heimat und das bleibt im Herzen. Wenn wir dann im Biergarten zusammensitzen, anstessen mit der Familie und beim Kartenspielen eine gescheite Gaudi haben, da spürt doch auch jeder. Da, da sind wir daheim. Das bayerische Lebensgefühl auch daheim spüren, das geht am besten mit einem Stickel Servus Heimat. Servus Heimat ist ein Laden voller Herzlichkeiten und Heimatleben. Einheimischer oder Zugröster, bei uns, da findet jeder garantiert ein originelles Andenken an unser bayerisches Alpenland. Ich bin von da und kaufe da herin unwahrscheinlich gern ein, weil ich den freundlichen Service schätze, die gute Beratung und weil ich da herin immer das richtige Geschenk finde, egal ob für meinen kleinen Enkel oder für den Opa. Immer perfekt. Regionale Fashion Trends, die mit bayerischen Komplimenten um sich schmeißen. Oder ein Becher, mit dem es daheim bestimmt am besten schmeckt. Bayerischer Wortwitz trifft auf kreatives Design. In unserem Amazon, der alpenländischen Mitbringsel, heißt's finden statt suchen. Ob romantisch oder fürs Herz, bei uns kommt ja jeder auf seine Kosten. Also mir gefällt das Servus Heimatland brutal gut, da gibt's alles von Schlüsselanhänger über Brotzebredel bis zum Schnaps. Mir gefällt das einfach, weil das mal daheim in Chiemgau gut widerspiegelt. Und bei uns, da wissen schon die Klärnsten, was gut ist und was wir gern haben können. Servus Heimat, Ihr Fachgeschäft für Heimatliebe und Herzlichkeiten. www.hansgelm.de